Willkommen zurück bei God of War 4. So, wir müssen jetzt hier im Weg raus finden. Dazu sollen wir ein Kristall finden. So ein Brückenkristall-Dingsbums, der da reinpasst wahrscheinlich. Mal sehen, wo das Ding ist. Die Kiste müsste ich auch noch aufkriegen da. Und dann kann ich den auch noch reinstöpseln, sehe ich gerade. Irgendwo muss noch einer sein. Ach, guck mal einer an. Da ist er ja. So, mein Kumpel. Aufs Maul. So, so. Da gehen die Türen einfach so auf. Okay, ich dachte ich muss den auch irgendwie aufmachen. Durchsuchen wir den Scheißmaler. Da war Gesundheit. Hier liegt noch was drin. Artefakt 4 von 6. Das ist ja schon mal gar nicht so scheiße. Im endlosen Krieg zwischen Licht und Dunkelalben wurden viele beeindruckende Relikte zurücklassen. Wir sollten alle mitnehmen, die wir sehen. Brock zahlt bestimmt gutes Huxley. Ja, da fehlen noch 2 Stück. Mal gucken. Jetzt wieder raus. Den muss ich mitnehmen. Willst du auch wieder überall mit hinnehmen? Wenn es sein muss. Na klar, Digge. Ich muss, ich muss fast, glaube ich. Wenn ich die Scheißkiste da aufkriege, weiß ich auch noch nicht. Da ist ein Teil. Na, warte mal. Das kriegt man auch noch hin. Ich will erstmal da drüben rein mit dem Teil. Weil ich soll ja angeblich nach da weiter. Also guck ich erstmal hier drüben. Da war ja auch noch was. So mal rein stöpseln. Sieht auch irgendwie rätselig aus hier. So, dann mach mal. Oh. Okay. Ich muss da wohl was ausstellen. Warte mal. Die ist aus. Oh, das hört sich nicht gut an. Ja. Man hat nur eine bestimmte Zeit. Okay. Ja. Man hat nur eine bestimmte Zeit. Okay. Also das Ding macht bis jetzt gar nichts. Ich habe nur die Zeit angezeigt. Und das ist total... Ja. Sorry. Ich hab mir aber die Zeit angezeigt und das dann. Ja. Was soll ich denn das machen? Okay, okay, okay. Eins hat noch gefehlt. Wieder eins fehlt. Shit. Den, 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 den da hin, und den da hin. Und das hat gar nichts gemacht. Das ist nicht ganz so einfach, glaube ich. Muss jetzt mal genau beobachten, wie das geht. Das war eine. Eine. Das war ein, zwei, 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 drei, vier. Stell ich mich am besten mal so hin. Eins. Boah. Noch eins. Das war es nicht. Okay. Wo stellt sich das immer wieder, oder was? Die Symbole, äh, stimmen doch gar nicht mit denen auf der Tür überein. Hm. 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 Holy fuck. Oh, das war die F. Okay. Nochmal die Scheiße. Was wir da machen, links. Da links. Nicht links. Ah. Meine Fresse. Huh. Das war so eine Kiste hier. Gucken, was da drin ist. Hm. Gewöhnliche Brustrüstung. Basis-Offensivrüstung. Begünstigt ohne Kraft. Hm. Da ist mehr Abwehr. Wie viel Stärke geht mir da verloren? 17. Nein. Das kann ich nicht machen. Egal. Das hätten wir offen. Hähn wir dem Kristall und weiter geht's. Wo muss ich denn jetzt reinstöpseln eigentlich? Äh. Ach, da unten. Stöpseln wir mal. Junge, schieß. Ich weiß, wie das geht. Ja, schieß doch. Ach, da oben. Guck an. Ah, hier unten ist das andere Ding. Hier ist eins. Ich glaub, unter der Kiste war eins. Oh Gott, wie soll ich denn das, äh... ...ja... Wie soll ich denn das da, äh... ...rauskriegen? Hier, warte mal. Hier war der reguläre Weg. Ich geh erst mal hier lang. Warte mal. Da ist eins. Ist unter der Kiste, ne? Wollen wir das andere Ding jetzt hin? Hier drunter, oder? Nee, hä? Unter der Kiste. Irgendwo hatte ich doch noch eins gesehen. Ähm... Kiste. Wie ist da drüben? Unter der Kiste ist eins. So. Ach, hier war das andere. Genau. Muss ich das da reinwerfen? Und dann da rüberholen, oder was? Kannst du mal ausprobieren. Nee, das ist zu hoch. Das wird nicht gehen. Ah, kommt von da die Axt. Dann vielleicht andersrum. Ähm... Wo hier hin? Moment. Wo hab ich die Axt jetzt in den Geschmuss? Da rein, ne? Nee. Ich raff's gerade nicht mehr. Pass auf, wir gehen jetzt erst mal... Lass die Kiste erst mal Kiste sein. Ach nee, hier war ich ja schon. Geht wohl nur in die Richtung. Ich lasse das mit der Kiste gerade nicht los. Sorry, Leute. Ach, hier ist das andere. Vielleicht, wenn ich mich auf die Brücke stelle. Moment. Vielleicht ein bisschen tief. Ah. Vielleicht ein bisschen tief. Das muss doch irgendwie gehen. Fick dich, Kiste. Ja. Endlich. Wir können die gleiche Sandschale nehmen, mit der wir runtergekommen sind. Ich will hier raus. Ah ja, da hab ich ja die Kiste aufgemacht. Oh, schade, dass ich die eine Kiste jetzt nicht aufkriege. Gehen hinten ab. Gesundheit. Ich bin ja voll. So, ich drehe erst mal am Rad davor, ne? Obwohl, nee, brauche ich ja gar nicht. Hab ich ja schon alles geholt. Was war denn hier drüben? Ja, ich geh da gleich hin. Hab das gesehen. Hier war auch nichts mehr. Dann. Doch ein Bosskampf, ne? Okay. Boah, ich wollte gerade blocken. Scheiße. Der haut auch wieder zweimal ab. Oh, jetzt ist du wieder so was Scheiße. Das mag ich nicht. Oh, jetzt hat er mir aber einen verpasst. Das ist aber gut mit deinem Manni. Oh. Fuck, wo schmeiß ich denn hin? Fuck ja. Er macht mir gar nicht aus. Ich seh ihn nicht. Hey, ohne Licht ist scheiße. Ich seh ihn nicht. Ich came nur voll reingerollt. Scheiße. Ich seh ihn nicht mehr, ich seh ihn nicht mehr da. Scheiße. Scheiße. Oh oh. Keine Gesundheit irgendwo. Nein, jetzt habe ich ihn erwischt. Scheiße, jetzt konnte ich ihn nicht mehr wegholen. Oh, so knapp. Nein, nicht gesund machen. Den mache ich jetzt platt. Den mache ich jetzt so platt. Gesundheit lasse ich jetzt mal da liegen. So. So. Jetzt mal gestarrte ich dich auf die Fresse. Wo ist er denn? Hey, ich habe den Ausgewicht im Arsch. Ja! Kacke. N nude, Oh nein, da war auch noch eins hinter mir. Oh, das ist gemein. Ich mache das immer hinter mich. Ich stehe geil. Mach mal, ich hebe mir die Gesundheit auf. Wachswerfen nützt nicht so viel bei dem. Wow. Heige Sau. Okay, die können nicht geblockt werden, sagt er. Okay. 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 Oh, scheiße. Ah, scheiße, alter. So, geht's. Puh. Unbeschwörung. Beschwört einen Spektralwurf, der sich dreimal auf Gegner stürzt. Okay. Ach, okay. Sie haben eine Unbeschwörung erhalten. Unbeschwörungen können im Waffenmenü im Klauenbogen ausgerüstet werden. Halten Sie gedrückt, um Unbeschwörung zu aktivieren. Finde ich gut. Machen wir mal. Noch nicht. Erst machen wir einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.